Moin und herzlich willkommen hier zum Bildbesprechung Samstag am Heiligen Abend. Ja, es ist 14.30 Uhr, alle warten aufs Christkind und natürlich gibt es trotzdem eine aktuelle Bildbesprechungsfolge. Du kennst es nicht anders, du bist nicht anders gewohnt, egal ob Feiertag oder was auch immer für eine Woche ist. Bildbesprechung fällt hier auf dem Kanal nicht aus, da müssen schon ganz, ganz wilde Sachen passieren, damit mal eine nicht stattfindet. Und das gab es jetzt wirklich fast 200 Folgen lang nicht. Also ich denke, das Durchhaltevermögen von mir und vielleicht auch von dir, der da draußen irgendwie auf seine Geschenke wartet, das ist doch durchaus vorhanden. Und insofern wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Heiligen Abend und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heiligabend, Bildbesprechungsausgabe und das ist auch ein guter Moment, um mal Danke zu sagen. Danke an dich da draußen, danke, dass es dich gibt und danke, dass du hier die Bildbesprechung schaust, dass du den Kanal unterstützt, dass du vielleicht sogar Kanalmitglied bist, dass du Reisen gebucht hast, Webinare, Workshops, Kurse oder was auch immer auf fffotoschule.de. Vielen lieben Dank dafür, das macht mich wirklich, wirklich richtig glücklich und ich freue mich über jeden Kontakt zu euch da draußen. Man muss auch mal ganz klar sagen, dieses Jahr war ja doch wieder ein normaleres Jahr. Wir haben sehr, sehr viele von euch getroffen, wir haben sehr, sehr viel Wissen, aber auch Erlebnisse vermittelt. Wir haben sehr, sehr viel mit euch irgendwo zusammengesessen oder zusammengestanden auf dieser Welt und haben wunderbar das Hobby der Fotografie gemeinsam betrieben und das ist wirklich das, was ich am liebsten mag und was auch alle in meinem Team am liebsten mögen. Insofern vielen lieben Dank dafür und dicken Daumen nach oben für dich. Heute am Heiligen Abend möchte ich dir aber auch gleich mal vorab schon mal ein frohes Weihnachtsfest dann wünschen. Morgen, ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hast du hoffentlich auch irgendwas an Programmen, aber nicht so ein stressiges, sondern irgendwas Besinnliches, Gemütliches mit deinem Lieben, mit deiner Familie. Ganz viel Spaß dabei und vor allem eine richtig gute Zeit und ein frohes Weihnachtsfest 2022. Los geht es hier und heute am Heiligen Abend mit einem Foto von Benjamin Ble. Und der Benjamin, der hat ein Bild eingereicht, das er erste Knospen nennt. Und ja, ganz offensichtlich sind das so ganz junge Baumtriebe. Ich glaube, wir haben so ein ähnliches Foto in der letzten Woche gesehen, wenn ich mich nicht total täusche. Da war es allerdings irgendwas mit Blüte und eher Nadelnbaumäßig, glaube ich. Aber ja, hier bei dir, Benjamin, ist das Licht sehr schön. Ein sehr schönes, weiches, warmes Licht da drauf. Wahrscheinlich ist es ein Abendlicht. Das wirkt so stimmungsvoll. Diese leichte Schwingung, sage ich mal, von diesem kleinen Zweig, der da durchs Bild läuft. Und links und rechts, jeweils in der Unschärfe, schön, der gefällt mir ganz gut. Auch die Flecken, die von unten links aus der Ecke gekommen sind, hier ganz okay. Was hier der große Nachteil ist, muss man ganz genau sagen, ist die Tatsache, dass diese frische Knospe halt direkt in der Mitte ist des Bildes. Die Farbwelt ist toll mit dem Braun und so weiter. Aber warum ist die Knospe in der Bildmitte? Das würde ich meinen, macht in diesem Fall ganz wenig Sinn. Es würde viel spannender sein, obwohl es ein quadratisches Format ist und du damit natürlich schon dafür gesorgt hast, dass das Ganze format symmetrisch ist. Trotzdem würde es mehr Sinn machen, das Ganze ein bisschen außerhalb mit dich zu platzieren und damit einen spannenderen Bildaufbau zu erzeugen. Also, Bernd Otto war in Hamburg und hat das Rathaus fotografiert und zwar über den Fläht hinweg, über den Alsterfläht hinweg. Und das muss man sagen, natürlich zu einem Zeitpunkt, wo das doch unfassbar windstill gewesen ist. Also erstmal, Bernd, dafür meinen allerherzlichen Glückwunsch, das ist wirklich cool, dieser unglaublich hässliche Rand, der um dieses Bild drumherum ist, also du würdest es wahrscheinlich Rahmen nennen, der geht gar nicht. Der verhunt das ganze Bild und das Bild ist, jetzt mal alle hier aus der Community, 3, 2, 1, richtig, zu spack und zwar zu spack oben und unten. Der Turm ist jeweils oben und unten am Bildrand angeschnitten. Das ist nicht gut und das gefällt mir auch nicht, den ganzen Kram, der rechts das Bild schließt. Der ist von der Idee her gut, aber in der Umsetzung, naja, also dieser Berliner Weiße wahrscheinlich Schirm und dieses Art Baugerüst unten rechts im Bild und so, das schließt das Bild dazu, aber es bringt das Bild nicht nach vorne. Und da muss man sagen, ist eigentlich gut belichtet, aber irgendwas hast du mit der Belichtung auch gemacht. Denn ich sehe in der Spiegelung und auch oben im Original durchaus eine ganze Menge Haarlos um einige der Objekte, ist halt einfach so ein heller Saum drumherum. Entweder es ist ein HDR fotografiert oder es ist halt einfach aufgehillt, nachträglich. Also, da sieht man auf alle Fälle überall so Lichtsäume. Das fällt ganz besonders in der rechten Bildhälfte auf. Ist ja auch die, die heller ist, muss man sagen. Ja. Grundsätzlich richtig geile Stelle. Nicht so oft gesehen tatsächlich, was ich ganz gut finde und auch sehr schöne Spiegelung. Aber umsetzungsmäßig ist da doch auch noch deutlich Luft nach oben. Bernhard Krüger hat auch irgendwo an einem Wasser fotografiert und auch da spiegelt sich eine ganze Menge. Das ist nicht ganz so glatt wie das von Bernd eben, aber das ist auch ein relativ glattes Wasser, wo die Einspielung toll ist. Aber hier stelle ich mir ganz viele Fragen. Was ist das Motiv? Nehmen wir mal an, dass das naheliegende, der Schwan, ist das Motiv. Dann ist meine Frage, was soll das alles, was sonst auf diesem Foto zu sehen ist drumherum? Was soll das da? Warum ist dieses grüne Zeug da? Warum sind diese schwarzen Poller mit den gelben Anstrichen oben da? Warum sind die Schifffahrtsampeln da? Was soll ich mit dem ganzen Kram, wenn der Schwan das Motiv ist? Und wenn der Schwan nicht das Motiv ist, dann ist die Frage, warum ist der Schwan im Bild? Also der gilt ja auch nicht als Nebenmotiv. Wir gucken dahin, wo Signalfarben sind, dahin, wo es andersfarbig ist und dahin, wo es hell ist. Und wir haben hier erstmal diese ganzen andersfarbigen Dinge in einer sehr dunklen Nacht, sehr grau, sehr griselig. Kein schönes Licht, da haben wir sehr viele Signalfarben, rot natürlich auf den Ampeln, grün und gelb, habe ich schon gesagt. Und da haben wir die hellste Stelle im Bild, das ist der Schwan mit seiner Spiegelung. Und da gucken wir hin und das hat halt einfach miteinander nichts zu tun. Also das steht halt in keinem Verhältnis zueinander. Man kann also auch nicht sagen, es ist Haupt- und Nebenmotiv oder sowas. Es ist eine Menge Unsinn im Bild. Und dann eben der Schwan, der ist halt leider sehr klein. Birgit Heber hat eine alte Industrieanlage in Düsseldorf fotografiert, zumindest annehme ich das im Bildtitel. Ja, das sind ja irgendwelche blauen Tanks mit grünen Rohrleitungen. Sicherlich ein Highlight für jeden Behälterbauer und Rohrleitungsbauer und vielleicht auch Verfahrenstechniker. Ja, in Ordnung würde ich mal sagen. Ist für so ein Los Plays Foto irgendwie in Ordnung? Deswegen, du hast doch versucht mit dem, wahrscheinlich ist das so eine Art schweres Regal oder Abstützung oder Konstruktion, irgendwas am linken Bildrand noch ein bisschen Vordergrund zu schaffen. Das ist dir so semi gelungen, sage ich mal. Du hast versucht das Grün und das Blau in den Mittelgrund zu setzen, was gut ist. Und auch sozusagen zum Hauptmotiv zu machen, was gut ist. Da ist es ganz gut belichtet. Das ist ja oft so, wenn hinten die Fensterscheibe so groß ist, dann hat man halt sehr schnell vorne auch sehr dunkle Farben. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist eher ein bisschen zu hell sogar insgesamt, würde ich denken. Ist halt kein tolles Motiv, aber fotografiert ist es ganz okay. Von Christian Nieter kommt diese Einsendung hier vom Basketball. Ja, Christian, das ist natürlich aufgrund der Schwarz-Weiß-Umwandlung irgendwie auch spannend, aber ich vermisse tatsächlich ein bisschen die Farbe, weil ich verbinde mit modernem Basketball eben Licht, Farbe. Ich würde gerne die Trikotfarben sehen. Ja, das würde vielleicht auch alles ein bisschen ablenken von der eigentlichen Basketball-Szenerie, besonders auch vielleicht der Easy-Credit-Aufkleber da oben und sowas. Das ist farbig, mag alles sein, aber hier fehlt mir tatsächlich ein bisschen Farbe. Daraus ein Hochformer zu machen, finde ich ganz gut. Die Tatsache, dass wir drei weiße Spieler sehen, ich weiß nicht von welcher Mannschaft, die gegen den Ball verteidigen, finde ich auch ganz gut. Da würde ich mir sogar links noch ein bisschen mehr wünschen. Also von dem Spieler, der links im Vordergrund ist, von dem ein bisschen mehr drauf wäre, wird das sicherlich nicht schaden. Wäre auch kein Problem gewesen, ein kleines bisschen nach links zu schwenken, denn rechts den leeren Raum, den brauchen wir im Prinzip dafür nicht. Ganz offensichtlich macht der Kollege hier gleich einen Korb, das ist ganz offensichtlich. Der wird also den Ball da reinlegen. Relativ kurze Verschlusszeit hier von der 1250. Mit einem 75.1.8 von Olympus fotografiert bei Blende 2. Ja, spannende Basketball-Szene, schön eingefroren. Klar würde ich lieber das Gesicht von dem Typen sehen, der da den Ball jetzt reinlegt und so weiter. Aber das sind alles Dinge, auf die man beim Sportfoto natürlich am Ende keinen Einfluss hat. Es ist trotzdem ein ganz gutes Foto. So, Frank Oschetzke hat dieses Bild hier eingesandt. Und ich weiß nicht genau, wie lange das hier wartet, weil ich das hier tatsächlich nicht sehen kann. Ich sehe aber auf alle Fälle, dass das Bild die vollkommen falschen Abmessungen hat. Das kennt ihr, das Problem ist euch bekannt, wenn ihr Bilder hier einsendet, dann sendet sie doch bitte in der richtigen Auflösung ein. Okay, es ist sogar ein frisch eingesandtes Bild. Also in der richtigen Auflösung. Das bedeutet mindestens 4K. 4K ist nichts anderes als die lange Seite des Bildes hat 4000 Pixel. 4000 Pixel. Man könnte auch sagen, 3840 ist das Minimum, was ich brauche. Aber 4000, mach einfach 4000 oder größer, also die Originalauflösung, wunderbar, ist viel besser als so. Ist nämlich viel zu klein. Und obwohl es so weit runterskaliert ist, rauscht es unglaublich. Ich kann die EXIF-Daten hier nicht auslesen, sind nicht mitgekommen, aber es rauscht ja wie Sau. Also mein iPhone 3GS hat solche Fotos gemacht, irgendwie vor ungefähr 10 Jahren. Da sahen Aufnahmen in der Dämmerung auch so aus, dass man kaum Details erkennen konnte, weil überall Krissel waren. Also hier ist irgendwas ganz schief gelaufen, würde ich sagen, Frank. Und natürlich kannst du das Ding entrauschen. Aber es ist halt eine klassische Blaustundenaufnahme. Was macht man da? Da stellt man das Stativ auf, dann nimmt man sich Zeit. Da stellt man den natürlichen ISO-Wert des Sensors ein. Ich sag mal in deinem Fall wahrscheinlich ISO 100 oder 200. Dann löst man aus und dann wartet man die Zeit ab, bis genügend Licht gesammelt ist. Und da stellt man nicht beim Vorbeilaufen auf ISO 52.000. Und sagt, ach komm, 52.000, wollte immer schon mal gucken, wie stark rauscht mein kleiner Sensor hier eigentlich bei maximalem ISO-Wert. Das ergibt eben einfach keinen Sinn. Das Licht ist toll, die Szenerie ist toll, das Motiv ist ein gutes. Aber hier ist halt einfach, das muss ich für kleine auf Briefmarkengröße, sodass ich auf meinem 4K-Monitor das Ding noch sehe mit einer Kantenlänge von 3x2 Zentimeter. Dann sieht das geil aus. Aber sobald ich das hier ein bisschen größer mache, sieht das so schlimm aus, also das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Mit der Nachtfotografie beschäftigen. Mein Tipp, mit der Nachtfotografie beschäftigen, das macht richtig viel Sinn. Du scheinst einen Blick fürs Motiv zu haben, auch für Farben und sowas. Aber technisch ist es einfach unfassbar schlecht. Klaus Maygut, der hat da mehr fotografiert. Der Horizont sieht, jetzt geht es nicht um Schief hier gerade, das sieht ganz merkwürdig aus. Er ist auch schief. Gut, wisst ihr ja schon, Bilder mit schiefen Horizont einsenden, macht hier keinen Sinn. Aber er ist auch schief. Aber vor allem sieht er auf der linken Seite ganz, ganz merkwürdig aus. Fast so, als wäre er an einer Linie mit Photoshop gezogen. Ist er aber nicht. Ich habe jetzt mal ganz drauf reingezoomt, um nochmal hinzugucken. Das liegt halt an diesen zwei sehr unterschiedlichen Lichtstimmungen. Auf dem Wasser, was relativ weich gemalt ist und dem Orange des Sonnenauf- oder Sonnenuntergangs. Daran hängt das halt einfach, ist ein Sonnenaufgang. Ja, Bildaufteilung ist ganz gut, aber die Pfütze vorne, die hätte ich ganz drauf genommen. Also auf alle Fälle rechts auf keinen Fall angeschnitten. Ich hätte versucht, diesen Knüppel, der hier links ist, der jetzt kommt nicht und sagt mir, Klaus, das ist mein Hauptmotiv. Nein, das ist nicht dein Hauptmotiv, das ist das störendste am ganzen Bild. Wenn das Ding gut aussehen würde und du sie nicht rangegangen wärst oder irgend sowas, hätte es vielleicht ganz gut werden können, so brauchen wir das überhaupt nicht. Also ich wäre einfach zwei Schritte weiter nach rechts gegangen, dann hättest du die Pfütze am rechten Brandrein draufgenommen, wärst du ein bisschen tiefer gegangen, hättest du ein bisschen mehr Spiegelung ins Bild bekommen, ein bisschen mehr Einspiegelung in die Pfütze, hättest du links das Ding nicht mehr im Bild gehabt, alles wäre schön, alles wäre gut, dann ist es eine ganz okaye Langzeitaufnahme, Langzeitbelichtung, sage ich mal, mit 25 Sekunden. Dadurch ist es hinten so ein bisschen weich geworden, mir ein bisschen zu weich, aber kann man sicherlich so machen. So ist es halt einfach maximal so ein durchschnittliches Sonnenaufgangsfoto. Manfred Bayer-Lehmertz hat hier fotografiert und zwar diesen Zug und jetzt muss ich hier mal ein bisschen mehr reingucken, um das genau zu verstehen, was ich da sehe. Ja, das ist eine Modellaufnahme, das habe ich schon fast gedacht. Manfred ist unter den Eisenbahnmodellern und der Rasen und alles, was hier rechts so im Vordergrund ist, sieht ja doch sehr natürlich aus. Das ist das Gemeine da dran. Da denkt man, ah, es könnte vielleicht auch tatsächlich real sein. Aber was mir sofort komisch vorkam, war der Fels im Hintergrund links und auch der Lokführer, der sah so merkwürdig aus. Ich habe mal ein bisschen raufgesucht und dann sieht man sofort, dass das ein Modell ist und man erkennt das auch an der Tunneleinfahrt, muss man sagen, weil das ist ja so eine klassische. Das ist ja ein Fertigteil im Prinzip, während viel anderes hier ganz offensichtlich Handarbeit ist. Ja, Manfred. Ein guter Moment. Schön eingefangen, schön eingefroren. Ist hier mit einer Belichtungszeit von der Viertel fotografiert. Deswegen nehme ich an, dass der Zug in Wahrheit steht. Sonst wäre er sicherlich unscharf geworden, weil so langsam fährt auch H0 nicht. Aber ja, ein bisschen verwirrend, weil man doch drüber nachdenken muss, ob das vielleicht doch eine echte Aufnahme ist von dem echten Zug. Also es ist halt einfach sehr viel Liebe zum Detail dabei, was mir sehr gut gefällt. Der Zug ist auch viel zu sauber für einen echten Zug, fährt mir jetzt auch auf. Wenn ich jetzt da hingucke, ist mir klar, so sieht ja keine Lok dieser Welt aus und auch kein Waggon. Also da ist ja viel mehr Schmodder drauf. Nichtsdestotrotz, ich mag es und ich finde es für so einen Modellzug auch ganz gut fotografiert. Michael Reichelt, der hat uns hier ein Foto einer Libelle mitgebracht, was den größten Nachteil hat, dass es im Hintergrund so unruhig ist. Also der Hintergrund ist halt einfach, da fällt das Licht so stark drauf. Da haben wir dieses satte, helle Grün. Das ist eigentlich ein sehr schönes Grün, aber in Korrespondenz mit der Libelle, die ja auch hellgrün ist, hellgrün-gelb, ist das nicht so ideal, muss man sagen, weil es eben eine Farbwelt ist. Die Libelle könnte auch noch ein bisschen mehr in der Schärfenebene sein, weil du hast zwar wunderbar auf den Flügel scharf gestellt, was auch toll ist. Die sehen auch richtig geil aus, aber der Libellenkopf, der ist ja schon so ein bisschen aus der Schärfe raus. Da hilft halt ein Fokus-Stack. Wer sich fragt, was ist Fokus-Stack, wie mache ich noch nicht das Makro-Foto, wir machen Makro-Live-Webinare, gehst du einfach auf www.fotoschule.de, auf Webinar und dann auf das Makro-Webinar. Da kriegst du so die Basics mit, wie man so Fotos macht. Sonst sage ich ja immer wieder, die meisten wären froh, wenn sie überhaupt ein Libellenfoto machen würden. Hier ist es auch noch so, der hintere Stängel, an dem die Libelle sitzt, der fragt so ein bisschen aus dem Kopf der Libelle oben raus, ist auch nicht so richtig schick, muss man sagen. Aber am meisten stört mich tatsächlich der sehr unruhige Hintergrund und die nicht ausreichende Schärfentiefe. Und dann haben wir hier von Michael Kalmbach ein Foto aus der Breitagklamm. So, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr an der Breitagklamm, also auf dem Oberstau-Fotogipfel wieder workshopmäßig am Start bin. Das ist eine der sehr, sehr engen Stellen. Aber das ist dokumentarisch auch ganz schick, muss man sagen, weil wir schön sehen, wie hier rechts der Weg vorbei führt und es fällt in deinem Fall auch genügend Licht in die Klamm, sodass wir noch ein bisschen Struktur auf dem Felsen jeweils haben. Oben kommt es mir so ein bisschen unscharf vor am Fels. Das ist sicherlich vielleicht auch aufgrund des Lichteinfalls und des geringen Kontrastes und so dem geschuldet. Und es ist trotzdem ein bisschen schade, dass du da nicht noch ein bisschen nachgearbeitet hast. Da hätte man sicherlich noch ein bisschen was rausholen können. Das ist dann so ein bisschen lang belichtet, sodass das Wasser hinten schön runterfällt. Ich hätte mir da halt ein Detail rausgegriffen. Also ich finde den Weg sehr unattraktiv mit dem grünen Geländer, ganz generell in der Breitagklamm. Deswegen versuche ich auch immer wieder durchaus mit Gruppen, wenn wir immer was offen, wo wir so Fotogipfel da auf Workshop-Tour sind, stehen zu bleiben an Stellen, wo man eben nicht mit dem Geländer so in Konflikt gerät. Und die schmale Felswand kommt hier zwar gut rüber, aber die würde auch rüberkommen, wenn du im Prinzip sozusagen rechts das Gelände noch mit weggeschnitten hättest. Nichtsdestotrotz, für so ein dokumentarisches Breitagklamm-Foto und so ein bisschen Langzeitbelichtungsmäßig ist das schon auch irgendwie in Ordnung. Nochmal zum Abschluss, vielen lieben Dank an dich da draußen. Vielen lieben Dank, dass es dich gibt und dass du hier dabei bist. Schreibe gerne in die Kommentare, welches Foto dir heute am besten gefallen hat. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, am nächsten Samstag, also an Silvester, jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nächsten Samstag, am Silvesternachmittag eine weitere Folge, wie jede Woche hier auf dem Kanal. Und mein Tipp ist auch gerade an Weihnachten und so im Kreise der Lieben und der Familie, geh raus fotografieren, nimm deine Kamera mit, konzentrier dich aber nicht ausschließlich aus fotografieren, sondern natürlich auch darauf, ein bisschen eine richtig gute Zeit im Kreise der Familie und der Lieben zu haben. Und dann in diesem Sinne sehen wir schon ganz bald hier auf dem Kanal wieder. Und dann in diesem Sinne